hallo liebe singles liebe wagen skorpione und schützen wir wollen wir in die nächsten drei monate reinschauen wie es für euch jetzt hier weitergehen kann bitte denkt immer daran ich sage immer die wahrheit und wenn da jetzt nichts ist dann sage ich auch dass dann nichts ist klar zahltet ab wenn es euch nicht gefällt aber mein ding ist das nicht jetzt hier alles rosarot zu malen du bist bei den astro antwort impulsen mein name ist annie dillmann und ich arbeite heute mit dem cozy rich tarot das habe ich ganz neu erworben finde ich ganz ganz witzig und wir wollen mal rein schauen ich beziehe hier auch immer mit ein dass du schon ein als single ein wunschpartner haben könntest ein gegenüber ich habe einfach mal was die hauptenergie hier sagt so wenn ihr das mission zu lange dauert liebe seele dann spul einfach weiter mir ist es aber wichtig dass ihr seht dass diese karten auch tatsächlich gut gemischt sind dass sie tatsächlich auch neu gemischt werden ich will das nämlich nicht dass man denkt dass ich hier irgendwas türke ich weiß nichts davon dass diese energien hier umgekehrt gedeutet werden steht jedenfalls nichts in diesem heft hat auch nicht das gefühl dass ich das machen soll weil ich finde die karten als solche schon sehr aussagekräftig wollen mal sehen was das mal hier sind zwei energien für den dritten monat gekommen also nehmen wir auch zwei und ich hätte gerne auch eine quintessenz karte wenn das irgendwie geht das ging schnell so lass uns mal auf die hauptenergie schauen du hast der stäbe hier ich sage es mal so die zeichen stehen gut liebe frage lieber skorpion lieber schütze du hast ausstrahlung und die chancen die luft hat magie und du kannst im moment sexy zu sein du kannst attraktiv zu sein und zwar deswegen weil du ein inneres licht in dir trägst und wahrscheinlich hast du irgendwelche ideen du sprudelst vielleicht für aktivität und neuen projekten das kann das hier auch bedeuten aus der stäbe ist immer irgendwas verleiht dir einen besonderen glitzer einen besonderen glow und dieser glow macht dich sehr attraktiv für potenzielle partner das ist schon mal du trägst ein licht in dir ein impuls etwas sehr positives feuriges und das ist schon mal sehr gut was hast du für ein gegenüber du hast möglicherweise auch schon ein gegenüber und ein gegenüber das ist jetzt eine energie wenn du mit diesem ging bisher noch single wir reden ja hier aber singles und wenn du ein gegenüber bereits hast dann geht es jetzt hier um gerechtigkeit um ausgleich aber ich könnte mir vorstellen dass du es dann vielleicht mit einem gegenüber zu tun hast das fair ist ja bei der gerechtigkeit geht es auch immer um geben und nehmen und diese person sieht ich wahrscheinlich sehr sehr wohlwollend wir werden erst mal weiter schauen die gerechtigkeit ist immer der große ausgleich des schicksals vielleicht sieht das gegenüber aber auch dass du jemand bist der vor ideen sprudelt und dass du genau am richtigen platz bist schauen wir mal weiter was ist bei dir warum bist du so kühl du bist nämlich hier die königin der schwerter und zeichen stehen auf leidenschaft die haben auch hier jemanden der da schon einen gewissen ausgleich in dir sieht vielleicht sieht man dich als schenkt des schicksals als licht des schicksals und könnte mir vorstellen dass einige von euch wiederum schon mal mit jemandem was zu tun hatten und und diese person gibt jetzt das oder könnte dir jetzt langsam das geben was sie dir geben sollte so ausgesprochen wo haben wir dich hier königin der schwerter sehr rational sehr kühl und nicht zu täuschen das sind jetzt natürlich krasse energien du in der kühlen position und ich gehe mal davon aus dass du vielleicht schon einige erfahrungen gemacht hast die nicht so ganz angenehm waren und dass es bei dir so ist dass du jetzt sehr entscheidend rational planen kalkulierend geworden ist guck mal wie die frau hier sitzt mit ihrer schreibmaschine wichtige dinge du kümmerst dich um wichtige dinge in deinem leben das kann eine weiterbildung sein das kann dein job sein vielleicht hast du dich auch berufsmittig verbessert weil wir haben hier ach ne könig der schwerter das ist jemand der sehr kalkulierend woher bist du denn drauf aber ich finde es gut hier haben wir potenzial liegen in sachen liebe aber ein entweder neuen kandidaten in deinem leben der der geplant ist der licht in dein leben bringen soll der aktivität in dein leben bringen soll der wärme in dein leben bringen soll der vom schicksal als ausgleich geschickt wird aber wo liegst du hier du liegst so ein bisschen mit dem rücken davon weg sagst habe ich schon alles gehabt was soll das bringen ja du bist ein bisschen so in die nüchterne kühle gefühlsabweisende guck mal wie die das schwert hier auf ihrem pullover hat guck mal ok schauen wir weiter was passiert im ersten monat hier ergreifst du die initiative oder die andere person ergreift die initiative sieht auf jeden jetzt guck dir das mal an wir haben schon das zweite große akkanum und der magier ist immer das manifestieren der magier ist die initiative das kreieren dinge die man so tut wie man sie sich vorgestellt hat ja das kann dein neues gegenüber dein altes gegenüber betreffen das kann aber auch dich betreffen ja und der magier ist aber jemand der in seinem ja auf seinem tablet guck mal nichts duldet was er nicht gerne mag das mut wachsen und gedeihen und guck mal da ist das herz auch ja ganz ganz wichtig dass die herzens dinge stimmen und da du aber im könig der schwert schwerter modus bist nicht so leidenschaftlich ist das eine sehr komplexe energie die ich hier sehe wow kann auch durchaus sein weil ich sehe hier du suchst nicht nach ausgleich von irgendwas aber du könntest es mit einer gegenseite sage ich mal so zu tun haben oder mit einem gegenüber das nach auch nach erotischem ausgleich sucht kann sein dass dieser mensch dann auf dich zukommt oder ziemlich schnell die initiative ergreifen will wenn du diesen menschen nicht kennst dann bitte schön vorsicht es sei denn du möchtest was ganz bestimmtes was ich jetzt hier nicht sage ähm dann mach das weil du bist stark genug für solche sachen ja du bist stark genug dich nicht zu verstricken du bist hier könig der schwerter energie huuuu du hast gelernt ach guck mal das hatten wir eben schon in der legung wir haben jetzt hier du denkst erstmal an dich du lebst erstmal bist alles für alles dankbar was du in deinem leben hast äh du bist erstmal zufrieden mit dir selbst und deinem leben und das nichts ist eine bessere basis um einen partner zu finden als die selbstzufriedenheit ja und das heißt aber noch nicht dass man vollständig in der seelenbeziehung angekommen ist sondern dieser neun der kälte bedeutet erstmal so in sich sein selbstwert selbstzufriedenheit ich komme emotional mit mir gut klar also ich bin sicher warum warum bist du hier könig der schwerter weil das dann da muss irgendwas gewesen sein vielleicht hast du dich auch verschlossen nach enttäuschungen schauen wir gleich mal warum haben wir hier zwei karten bekommen was ist denn für eine entwicklung bei dir jetzt haben wir nämlich hier das königliche was haben wir hier wir haben hier die zehn der münzen als katzen dargestellt hier gut ne schwarze katzen finde ich total witzig und wir haben hier jetzt auch noch die die königin der schwerter du weißt du was du bist in einer ganz besonderen entwicklungsphase weil du bist gar nicht so schnell umzustimmen du hast dich verändert im laufe der letzten entweder des letzten jahres des letzten halben jahres liebe seele und was vorher eine königin also jemand war der verträumt war und illusionen hatte ist da jetzt nichts mehr weil du hast dich gewandelt und du schaust jetzt mehr auf das weltliche leben sage ich jetzt mal so du schaust auf materielle dinge du schaust auf das machbare und was du innerhalb der nächsten drei monate erreichen wirst erstmal für dich alleine vielleicht sogar beruflich einen sehr großen finanziellen zuwachs durch deine rationale kalkulierende nicht zu täuschende kaufmännische wissende art wie auch immer ich das beschreiben soll aber das witzige ist dass ich hier in etwa drei monaten hier für dich eine andere person sehr ist das heißt du bekommst es in der nächsten zeit hier schon mit einer person zu tun da hast das bereits mit einer person aber ich sehe hier eine neue person und was wir jetzt hier liegen haben ist ein königliches ehepaar das heißt dass in in etwa zwei monaten vielleicht auch drei monaten ich will mich auf der zeit auf die zeit nicht immer so festlegen du bist in einem sehr hohen status du hast schon den art das höhere selbst erreicht du bist könig der schwerter du hast auch eine gewisse coolness du du blickst durch bei den dingen man kann dich nicht täuschen du lässt dich auch von emotionen nicht mehr so mitreißen und das ist ein produkt einer vergangenheit du bist pragmatisch geworden und du wirst einen partner bekommen in etwa zwei bis drei monaten jemanden treffen der erstens sehr oder die sehr wohlhabend ist und die perfekt in diesem geister zustand zu dir passt und ich denke ich könnte mir sehr gut vorstellen ich wollte eigentlich liebes orakel hier legen ja aber was ich hier sehe ist jemand oder sind menschen die schon an jemanden geraten sind der vielleicht oder die nur ausgleich gesucht hat wo es nur kann auch manchmal hier ein strohfeuer gemeint sein die sich so ein bisschen vom thema liebe abgewandt haben und die dahin gehen dass sie ihr leben neu kreieren denn das ist das und zwar emotional und materiell physisch das ist interessant weil es sollte ja jetzt eigentlich um liebes orakel gehen aber ihr seid in einer sehr speziellen nicht ganz einfachen energie liebe leute oder du bist in dieser energie und das ist eine energie die nicht zum beispiel zum beispiel zu einem könig der königin der kelche passt weil wir haben hier ein königliches ehepaar und zwei menschen die hoch intelligent sind das bist du das ist vielleicht die neue person kann sein dass du ein mann bist eine frau spielt auch keine rolle dass hier noch frauen abgebildet sind also es ist schon ich würde jetzt sagen du wirst eine gute partie machen auch wenn das bescheuert klingt wir sind ja hier nicht bei bridgerton im alten england kann aber sein muss ich jetzt einfach mal so dazu sagen was bei mir reinkommt möglicherweise hast du irgendwie eine inspiration entwickelst irgendetwas kommst dazu durch in deine persönliche fülle und findest da deinen richtigen partner ich würde es euch nur wünschen was sagen die karten sechs der schwerter und schon wieder eine schwertkarte was sagt die sechs der schwerter wissen und erfahrung lehren lernen sich weiter entwickeln und zu neuen ufern aufbrechen das ist eine übergangsphase bei dir ja ich denke nämlich dass du es möglicherweise schon zu tun hat es mit einem gegenüber das nichts verändern wollte ja und demzufolge vielleicht die sache im ast der stäbe in der idee in der anfangsaktivität stehen geblieben ist das hat hier nicht gereicht deswegen hast du dich ja hier auch weg gedreht oder es ging vielleicht um erotik und ausgleich und die person vielleicht sogar gebunden habe ich jetzt keinen speziellen hinweis drauf aber es kann ja auch manchmal sein dass jemand nicht gebunden ist und auch nicht so enge beziehung will das kann ja auch sein muss ja nicht direkt immer dieselbe drecks geschichte sein also es ist eine sehr spezielle energie die ich hier rein bekomme und bitte bitte schaut nicht darauf ich bin jetzt gerade noch allein und es ist sommer schaut auf euer volles potenzial kreiert euer leben neu und das ist das aller aller wichtigste das ist die erde in die eine neue verbindung und schätze mal dass diese verbindung in einer ehe mündet weil das ist das königliche ehepaar und das wird gemeinsam im 3d den maximalen maximale wertschätzung und maximale zufriedenheit kreieren perfekt aber du hast du musst dich verändert haben unglaublich aber weißt du ich finde das so cool weil das ist ein riesen entwicklungssprung den du gemacht hast und das ist richtig ja auch weil dir kann ich wirklich sagen du wirst jemanden treffen der dir maximale wertschätzung entgegenbringt maximale wunsch im 3d mit dir etwas zu kreieren vielleicht sogar relativ schnell zu einer heirat kommen das sage ich nicht sehr oft na gut ich will noch mal schauen zum akten das ist so krass ich will mal wissen was dieses gegenüber für dich fühlt ich nehme noch mal diese drei karten das aktuell wenn ihr ein gegenüber habt was fühlt dieses gegenüber für euch das ist doch er weiß nicht was er will sie weiß nicht was sie will was haben wir als nächstes du weißt aber was du willst du hast den richtigen riecher idee selbstwert sechs der schwerter aufbruch zu neuen ufern wissen klarheit und was haben wir noch die kraft das alles bringt dir die kraft auch weich zu sein die die kraft weich zu sein das ist jetzt für mich nicht unbedingt der richtige spruch der hier steht die acht ist ja die kraft die bedeutet ausgewogenheit zwischen impuls triebkraft emotionalem und rationalem ja und das ist das was euch dich und deinen neuen partner in zukunft verbinden wird das ist wirklich 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 stark was ich sehe und ich bin begeistert von deiner entwicklung ja was fühlt sein gegenüber für dich weiß nicht was er oder sie will fühlt aber dass du eine unglaubliche stärke hast dass du alles durchschaust auch das hier ja zu wenig initiative wechselnde initiative immer die suche nach ausgleich es könnten ja auch mehrere personen ins spiel kommen oder im spiel gewesen sein aber hier sehe ich die ideen und die ideen die kommen halt aus dem tiefsten unbewussten führen zu echt so fasziniert wie diese karten sprechen aber was mich am meisten fasziniert liebe seele das königliche ehepaar was dir hier in zwei bis drei monaten winken wird in diesem senken macht dir bitte keine sorgen und auch wenn du das gefühl hast komisch warum bin ich so ich bin so kühl geworden das erreicht mich alles nicht mehr liebe seele soll so sein das ist dein entwicklungsprozess wichtig ist muss jetzt an dich denken du stehst im vordergrund du bist der wichtigste mensch in deinem leben so ihr lieben wenn euch die legung gefallen hat ich fand sie sehr interessant sehr speziell gebt mir doch ein däumchen oder auch ein kleines abo ich wünsche euch viel erfolg und ich habe keinen zweifel dass ihr den auch haben werdet bis bald